Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play The Crew zum Summit. Ja, hier mit Ultra und wir machen jetzt Summit. Ultra startet und dann gucken wir. Mission beginnt gleich. Wie gesagt, das gibt es ja immer einmal im Monat, dieses Summit. Ultra hat das vorhin auch mal vorgelesen, was man da so bekommen kann. Was haben wir denn? PE. Nimm mal 458 Speziale. Hätte man jetzt nicht andere Crews auch beitreten können, Jan? Hätte, hätte, verraten, bitte. Ja, vielleicht ist es dann auch nicht so langweilig, dieses Summit. Können wir gleich mal nach einer Crew suchen. Könnte man ja gleich einfach mal machen. Das nächste auswählen und damit Crew suchen, ne? Okay, los geht's. So, hier schubst du ihn an, ne? Ja. Alter, keine Chance. Da was du abgehst mit dem Ding. Ich hab schon voll NOS genutzt gehabt, ne? Ich nicht, ich jetzt. Alter, ja, du Wichser. Alter, ich bin Begrenzer. 415, Ende. 420. 425. Ah! Oh, gleich kommt eine scharfe rechts. Der links. Oh! Alter, mal gut, dass die Straße so breit ist. Ja. Alter! Komm, wir müssen uns ziehen, wir müssen uns ziehen, wir müssen uns ziehen. Oh nein, oder... Ich muss mich gleich zurücksetzen. Warum? Da hinten die Berge, die sind, äh, haben keine Textur und das heißt, die Welt ist eigentlich nicht nachgeladen. Oh! Boah! Schicken, Alter. Ich weiß nicht, warum das nicht so bei mir ist, keine Ahnung. Und du bist Leiter. Also daher schon komisch, ne? Alter, wir pushen uns natürlich jetzt hier gerade mega. Alter, wie übel, Junge. Ich bin noch nie so lange 400 gefahren hier in dem Spiel. Oh! Oh! Ein bisschen gebremst, kommt es noch hinterher? Auto! Egal, jetzt auch. Auto! So eine gute Zeit. Nein! Jetzt kann ich mich zurückleiten. Ja, kann sagen. Keine Texturen mehr, oder was? Du bist durch... Bleib mal einfach stehen. Ich kann nicht weiterfahren. Das hat die ja bei diesen einen Rennen auch da hier Absicht von Las Vegas. Keine Ahnung, was das bei dir ist. Es muss aber bei dir dran liegen. Weil sonst hätte ich das ja auch jemals schon mal gehabt. Und ich hab's ja noch nie gehabt, ne? Dass die Textur nicht nachgeladen sind. Irgendwas ist ausgelastet bei dir. Also von den Kernsachen ja eigentlich nicht. Ne, von der CPU her auf gar keinen Fall. Schon ein bisschen komisch. Ey, das würde ich gerne nochmal fangen. Das war mega geil. Ja, warte nochmal. Ja, wir machen das nochmal, Leute. Ich und Jan versuchen uns nochmal zu pushen. Und dann mal gucken, auf was wir uns dann qualifizieren. Da war's für ein Platz. Weil noch schneller geht's nicht, Jan. Ja. Also, du hast ein schnelleres Auto wie ich. Aber ich zieh mich dann wieder ran. Also, schneller geht's nicht. Also denke ich zumindest. Und jetzt voll zusammenarbeiten. Und dann gucken, dass wir das hinkriegen. Ey, ich hab ne doppelt so hohe Beschleunigung wie sonst. Kommst du? Ja, ja. So, jetzt konzentrieren. Alter, wie schnell du an mir vorbeigegangen bist. Begrenzt das schon wieder. Okay, Vollgas. Bremsen. Nein, du Hurenbully. Jan, ich häng fest nochmal. Komm, mach nochmal. Achso, in Neustadt. Ja, nochmal. Scheiße, Leute. Das muss alles klappen. Ja. Können wir ja auch so ein Video mal machen. Und mal gucken, wie die Resonanz ist. Was die Leute davon halten. Wenn wir dann sowas, als wenn wir privat spielen würden. Weißt du, nochmal und nochmal. Um uns höher zu qualifizieren. Weil spannend ist es ja auch. Na, schaffen sie es jetzt. Schaffen sie es jetzt. Wieder so ein Start, Jan. Los, komm. Nitro, Jan. Und so mit mehr größeren Topspeed komme ich jetzt an. Ich habe jetzt schon gleich 400 drauf. Jetzt. 425. Okay, ich komme. 415 begrenzt ab. Wer dann gewinnt ist sowieso. Scheißegal, die Zeiten sind wichtig. Oh ja, wer kann ich nicht mehr verpüxeln? Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Immer noch nicht geladen, oder was? Ja. Ja, können wir das doch schon vergessen, oder nicht? Oder soll ich dann weiterfahren einfach? Ja, fahren. Ja, fahren. Ja, fahren. Ja, fahren, fahren, fahren. Ja, ich komme nicht schnell auf einen zu. Ja. 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 Da mitten durch, da mitten durch, da mitten durch, da mitten durch. Boah. Ja, hier schon wieder, weil ich schickte man. Kannst ja nachher auch nochmal mal angucken. Ja. Jawohl, drin. Boah, jetzt bin ich gespannt gern. Alter, jetzt müsstest du eigentlich hören, wie der Auspuff so tuk 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 tuk. Weißt du, wie alles so, 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 weißt, von der Hitze so nacharbeitet in dem Sinne. Kommst du noch ins Ziel? Nö. Okay. Aber auf jeden Fall zurück zum Summit gehen, ne? Ja. Sonst wird es nicht gespeichert, Alter, weil die, ich habe keinen Fehler gehabt. Ich glaube aber, dass man die schnelle Kurve mit Vollgas nehmen könnte. Ja, hier wird es sicherlich viele Sachen geben, die man besser nehmen kann. Ja, aber es geht ja darum, dass wir uns überhaupt irgendwie ein bisschen ab, da, Rangliste machen. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn wir uns da wirklich versuchen, so ein bisschen, ja, bessere Zeiten zu fahren. Das, was wir eigentlich privat machen, drücken wir es mal einfach so aus. Ist ja einfach auch mal ein Versuch für uns in dem Sinne. Ja. Sofort fahren. Nö, jetzt bin ich gespannt, wo wir hinkommen. Also ich bin... Was war denn das jetzt gerade? Äh, unten links Zeitangriff. Ich bin Silber, Platz 241. Okay, ich bin 1668. Loi. Platz 1, eine Minute 38. Was? Mit was war denn? In der Silberliga, Platz 1, ne? Ne, das ist Diamantenliga, wo wir sind. Platin sind wir, Jan. Platin und 1, 38. Ich bin Platin auf Platz 241. Ja. 2 Minuten 4 wäre Platz 2. Das schafft man. 2 Minuten 4, 7, äh, 7, 4, 2 schafft man. Locker. Ja. Du hast mich ja zum Schluss gar nicht mehr gezogen, Jan. Naja. Ey, das werden wir nochmal ausprobieren, ne? Das nehmen wir jetzt. Nehmen wir mal Drexler. Nimm irgendwas. So, da werden wir das jetzt auch mal probieren, uns irgendwie zu pushen. Wenn eine vernünftige Strecke kommt, Alter. Äh, ich nehme den Ruf. Was nimmst du? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur den Ruf. Du hast nur den Ruf? Ja. Ich habe schon 2. Oh, mit mehreren Leuten? Ja. Aber wir beide. Jetzt sag nicht, du bist so weit von mir weg. Ja. Okay, Lauf 1. Durchdrehende Räder. Grün. Grün. Ich habe falsch geschaltet, dich blöd, Mann. Ich habe falsch geschaltet, ich habe alles scheiße gemacht. Geile Sache. Okay, diesmal stehst du links. Komm, Jan, komm, Jan, komm. 594. Echt? Ja. Grenzer, mehr gegen dich. Das 2. Uns geht es ja jetzt einfach nur um die Zeiten. Also ich habe mich jetzt verbessert. 595. 595. Alter, wie geil. So müssen wir das weitermachen. Ein Rennen haben wir noch. Wer besser startet, ja, der bleibt halt gerade und der andere muss halt dann rüber. Ist ja scheißegal dann in dem Sinne. Lauf 3. Oh, oh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Perfekt. Vielleicht haben wir noch. Komm, Jan, komm. Alter, wo willst du hin? Ich weiß es nicht. Ja. 592. Alter, wie du an mir vorbeigegangen bist. Als er nicht stehen würde, Alter. Ich habe mich wieder verbessert. Ich auch. Gut, gut, gut. Okay. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt, wo wir uns platzieren. Wahrscheinlich Bronze. Ja gut, wir haben die Karre nicht getunt, ne? Weil wir haben keine Teile dafür, Leute. Sonst würden wir sie gerne tunen. Aber wenn wir zum Dragstar-Tuner gehen, haben wir nichts. Guck mal, ich habe nur 786 Punkte jetzt. Event-Rang 2.270. Event-Rang 3.076. Das hat denn der erste Platzierte? Wie viel hattest du? 3.072? Äh, Event-Rang 2.270. Okay, ich bin 3.076. Hat? Ja. Jo, Platz 1 hat einfach eine Zeit von 10 Sekunden. Ja, gut. Du musst auch ganz ehrlich sagen, Jan, du weißt nicht, was die auf 1.299 Punkte machen, die Dinger. Ja. Wir wissen es halt einfach nicht und gut, wir wissen auch, dass hier viel gescheatet wird. Ja, 3.077, aber ist das Bronze? Oh, du konntest nicht an, ne? Ja. Ich besitze das erforderliche Fahrzeug nicht. Ja, okay. Nein, ich spüre aber das. Ja, einen hauen wir hier noch rein. Was ist denn das? Drift. Oh, ich muss die Viper nehmen. Ich hab keinen anderen. Okay, okay, okay. Schon lange nicht mehr gemacht. Echt schon ewig nicht mehr. Och, nicht die Strecke. Ja, ne Rennstrecke mit Driften. Ja, du musst halt schaffen, auf der Geraden zu driften, ne? Ja, okay. Dann krieg ich mich nicht hin. Ich werd mal langsamer, langsamer, langsamer. Aber gleich im Anschluss. Hast du noch, ich wollt grad sagen, hast du noch keine Punkte gekriegt? Hast du noch gut hingekriegt? Aber ich kann das nicht. Das ist... Ich auch nicht. Ich drehe mich nicht mal nur der King. Ich glaube, es liegt einfach an dem Tuning. Da müssen wir sagen, was wir wollen, Jan. Es ist so wie mit... Versuch mit 824 Punkten beim Performance-Rennen mitzuhalten. Geht nicht. Ja. Dafür hätte ich extra Punkte kriegen müssen, Leute. Habt ihr das gesehen? Alle Reifen abgewandt. 20.000 Punkte mehr. Ich werd auch mal gucken, wenn wir nachher nicht aufnehmen, will ich mal nachher gucken, ob man da irgendwie Tuning-Teile für kriegt. Alter. Echt, weil das kann nicht sein, Jan. Genau wie für ein Dreckster. Irgendwie müssen wir die Karren getunt bekommen. Oh, Fettkopf. Nein. Oh, Pfosten. Nein. 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 Wir haben mal 2.000 Punkte oben draufgekommen. Naja, ich mag das nicht so. Aber es liegt... Also ich sage, es liegt daran, Jan, weil wir... ...keine Punkte haben in den Autos. Mein Gott, was ist heute bei mir los, ey? Plus 3 Punkte. Plus 8 Punkte. Ich sage das nicht wirklich daran und ich werde nachher mich da mal drum kümmern. Tja, aber wir sagen damit auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Und schreibt zwar in die Kommentare, ob euch das interessiert, wenn wir da so ein bisschen mehr auch mal wiederholen, diese Rennen, wie wir vorhin das bei den PE-Rennen gemacht haben. Ob euch das stört. Wenn euch das stört, lassen wir es sein. Aber wirklich einfach nur die Wahrheit sagen, Leute. Und nicht einfach mit einem Daumen runter oder so und jedes Video scheiße finden dann. Lieber dann uns schreiben, ey Leute, lasst es lieber, macht es so wie früher auch. Und dann ist es in Ordnung für uns. Ja. Und es ist auch keiner pissig oder irgendwas anderes. So. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.